herzlich willkommen liebe leute willkommen zu ttt und heute dabei wann war hallo 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 rieper cyber und nach lori johnny unter roben hallo und meine wenigkeit der nana der detective ist unter den fahrstuhl gekommen ach was will der andere detective sich das mal ansehen oder ist er auch schon tot hat irgendjemanden mc10 für mich bitte hat der andere detective gerade eine kamera platziert hallo flori weil alle plötzlich auf crowbar war stimmt das hatte ich auch gerade das ist auch gerade deswegen ist ja sehr sonne johnny guten tag aber auf der anderen seite bei den fahrstühlen einmal ich werde das bestimmt wieder jemand umgekippt ja aber der friendship ist beim doppelfahrstuhl ich weiß nicht ob der noch da ist ja jetzt muss der vorbei sein glaube ich hier ist der detektor hat er schießt du bist gerade vorbeigelaufen ja auf mich wurde geschossen wir wissen da drin da drin liegt der namen deswegen aber wer hat auf ihn geschossen johnny ist es ne na da ist nicht erschossen worden na da ist er schlug die leiche entgegen geflogen mit einfach meine leiche einfach mal rausgeschmissen wurde ist der detective in ordnung ja uns kam die leiche entgegen geflogen ich glaube nicht dass sie tot ist ich habe nicht auf ihr kopf gezielt dann kann ich als cyber und na wo ja schießen oder äh na wo ist tot wenn du wenn du cyber schießen willst der ist da drin der ist da drin da hinten ok ja im kamin am kamin meinst du wohl am kamin egal am kamin äh ich habe die bärenfalle dann mal weg gemacht ne ja leu leu du hast auf einen getötet sehr geil sehr geil sehr geil Doppel kill weißt du mal Pippa guck mal bei mir auf die Cam das ist ziemlich witzig nämlich hallo ähm ich weiß nicht ob es ganz legal war dass ich noch hallo gesagt habe weil ich bin in den ersten zwei gestunden äh zwei sekunden gestorben ja das war die kamera sieht man du standest echt der Heist da sorry Pando das war echt das war ziemlich extrem war okay wenn du die kamera platziert himmst wärst du schon beim rausgehen von diesem raum gestorben und ich hätte da schon eigentlich ne Ding hingelegt die pärenfalle aber dann hat der eine eine Frage hat eigentlich irgendjemand am anfang als hier der friendship runter kam gehört wie ich geschrien hab Johnny ist es ja ja ich habe es wohl noch einmal wiederholt weil es so wenig Leute mitbekommen sind ich war auf der so nachdem aber er ist weg gewesen ja das wird den interessieren ist die größere frage nein runter 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 wenn ihr alle von den beiden Türen da kamt dann wird wohl kaum ein dann wird Johnny wohl kaum da in den friendship reinreißen Dreh tot bin was Nana wenn ich tot bin ist es Cyber hä gut schnell dich hier nicht mal Foto von dir da war doch grad noch ein DT drin oder warte noch warte noch warte noch warte noch gut los mach was ich will du was ich sage wer so jetzt kommen bitte mal alle ins Office ins Büro bitte DT Befehl 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 Koke, komm hier rein. Warum? Komm rein. Nein, nur nicht sein, das ist hier die Frage. Geh weg von der Tür, Koke. Koke ist T, 100 Pro. Glaub ich zwar auch, aber egal. Dem hast du eine Gold-Digel gegeben, das ist nicht cool. Doch, das ist sehr cool. Koke, schieß Nana ab. Was? Nana. Einfach einfach mit der Gold-Digel auf Nana schießen. Friendship! Oh Gott, ich was nicht. Nicht bewegen, Panda! Nicht bewegen! Nur rausgehen! Geh, 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 geh! Raus, 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 raus! Auf mich wird geschossen von hinten! Der Reaper! Da wo? Da wo? Da wo? Da wo? Ja. Ich hab gedacht, dass der Koke rumgeballert hat. Okay, ist weg, ist weg. Was? Hallo? Panda? Ja, ich bin hier draußen. Das ist gut, ich bin im Zwischengang. Ich leb noch. So, halb, so. Oh, ich hab was schönes. Geh, geh weg, Reaper! Geh, geh weg, Reaper! Tod, ne? Ich lauf, Data. Was denn? Da sind wir alle tot hier. So, das ist ne gute Lösung. Find ich gut. Warte mal. Reaper is inno. Data ist noch am Leben. Nana, guck dich gut rum. Guck dich gut rum. Äh, Data? Ja? Ich hab die Golden Eagle aufgehoben. Hast du gut gemacht. Warte mal. Das heißt, einer von euch da drinnen ist Traitor. Darf ich behalten? Darf ich behalten? Soll ich dir Nana geben? Naja, wie viele Leute leben denn noch? Das ist jetzt etwas, äh... Du darfst sie behalten und schieß auf alles, was... Äh, Cyberbot? Darf ich auf Reaper schießen? Cyber... Schieß Nana ab. Nana ist wiederbelebt, Nana ist wiederbelebt. Ich schiege auf Reaper, weil der ist... Ne, ist wirklich so gut. Warte. Wo ist Flory? Ja, wo ist's? Flory? Flory ist's. Flory ist's. Flory ist's. Ja, Flory ist's. Hast du DNA? Äh, nein. Leider nicht. Aber... Ein Vögelchen hat's mir gezwitschert. Vor allem war da einfach der Blutspur. Ähm... Ah, hier liegt ein Blut. Das ist ein Blut. Wunderbar. Wunderbar. Blut. Oh, er ist im Deathringer. Wo denn? Und... Wo? Unten. Ich find's interessant, wie er auf die Idee kommt, mich... äh... mich zu verdächtigen. Es war jetzt... ein Toter hat's geflüstert, also... ich muss er irgendwas gesehen haben. Ja, ich konnt's nicht gewesen sein. Ich hab mal anhandan rausgescheust. Wie viele hab ich am Anfang eigentlich mit dem Flankstück mitgenommen? denjenigen, der mich abgeschossen hat, stirbt. Du hast keinen, glaub ich. Panda, was? Warum hast du gerade... Also, mindestens, mindestens einen sollte ich mitgenommen haben. Was hat Panda gesagt? Ja, wie, wie hast du dich getötetet? Ja, weil ich noch im Feld hatte. Aber ich frag mich, warum jetzt, äh, Wanda erschossen wurde. Weil das war doch gar nicht erschossen. Doch, ich wurde erschossen, Wanda. Ich frag mich, wie? Ja? Warum? Wie? Ich hab dich mit der Schotke erschossen. Ja, das war eine halbe Sekunde oder so. Eher die Frage, warum? Ja, das war eigentlich ein Random, wenn das jetzt... Äh, ne, nicht wirklich. Warum? Jemand hat da drin den, äh, Friendship aktiviert. Und ich stand an der Tür. Das heißt, niemand konnte raus. Und du warst draußen. Achso, die Friendship hab ich nicht gemacht. Ja, aber trotzdem, du standst... Du warst draußen, außerhalb des Raumes. Und außerdem hast du dich da versteckt. Ja, Panda, wir haben's gehört. Das war ein Random. Ich bin Dete, ich darf das machen. Ich bin auch... Ich bin Dete, ich darf das. Ich darf das. Ich bin Dete. Guck. 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 Achso, das ist ne Golden Deagle für mich? Hallo. Oh, da ist jemand gestorben. Da in dem Gang. Wurde einer abgeschossen. Ich hab einen Tod gehört. Na, na, na. Ja, mit nem Wurfspeer. Super. Mit nem Wurf... Ach, hier mit, äh... Mit ner Hapuna. Hapuna. Na, wo ist hier? Hapuna Matata. Ich bin gerade reingekommen. Einer da drin ist Traitor. Hier ist ne Hapuna. Kann man die au... Ne, die kann man nicht auflesen. War das einer von denen da drin? Ne, die ist... Die ist abgestumpft. Ich weiß es nicht. Von welcher Seite kam das denn? Das kam von hier drin. Also da ist die Hapuna. Hier ist die Leiche. Also ich denk... Panda. Ey, was? Ich hab nichts gemacht. Wer hat... Ich glaube, es ist Panda. Johnny? Was? Warum denn ich? Wie? Oh. Es gibt zwei Pings, die hier so hoch sind. Panda und Johnny. Ich hab keine Ahnung warum. Panda! Oh, irgendwo ist hier ein Tour. Krass. Ähm. Ja, hab ich. Kannst du dir ein PhD kaufen? Ja, hab ich. Lauf du immer. Kommt du mal da in den Raum rein mit mir. Keine Ahnung. Ich hör doch grad gar nichts raus. Wow, wow, wow. Panda und, äh, Cyber. So, äh... Du, Panda, du kannst jetzt rumlaufen. Lauf einfach rum und nicht in meiner Nähe, wenns geht. Lauf, lauf, lauf. Lauf zu allen Menschen, die du gehst. Aus zu Reaper. Aus zu Reaper. Zu allen Menschen aus zu Reaper. Aber, hier ist... Hier ist aus. Hier kann ich... Ja! Ja, dann stirbst du da dran und wirf's um. Ey. Ja, ich hätte schon von Reaper. Ja, ja klar. Weil Reaper ja auch C ist. Weeper, Cyber und Panda. Ich kann sie umwerfen. Äh... Panda. Okay. Wann war's? Ah! Okay, gut. Das war... Wann war's? Oh, zu Flori. Zu irgendjemand von den beiden. Ne, Flori. Lauf zu. Wann war's? Wenn du mich siehst... Äh... Gehst du grad drauf? Du sollst dich bewegen, hab ich gesagt. Ja, okay. Ich lauf hier schon. Ich seh dich, wenn du dich nicht bewegst. Ich hab ne Kameramann. Lau! Ich laufe. Ja, ja, gut. Lauten ist jemand. Hallo. Du musst sagen, wer Wann war deinem Weg ist. Wann war da ist, sag's mal Bescheid. Ah, top! Puh! Fifty-fifty-Chance, wenn ich mein Bauch... So, Reaper! Nochmal! Weißt du, Panther? Das war nicht cool. Gar nicht cool. Ja, das war ne Fifty-fifty-Chance, wer da gewinnt. Ganz ehrlich. Alter, kann ja jemand das Turret ausstellen? Eieiei. Oh. Naja, war die mega Fallhöhe, würde ich sagen. Was ist denn mit diesen Türen los? Die wollen nicht. Die wollen nicht. Die wollen nicht. Einfach so ne Fünf-Billy-Sekunden-Öffnungszeit. Oh, mein Auge juckt. Zai, was hast du denn heute schon so gegessen? Nichts. Nichts. Das ist nicht gut für deinen, äh, Bilirubin-Spiegel. Ja, ne, Wander. Ich will mal sagen, wo du bist. Ich, äh, ja auch. Ich stimme aus dem Jenseitsfrag. Was für ein Spiegel? Ich hab keine Ahnung. Mann, wo bist du? Komm raus! Ich bin beim Kamin. Ach, beim Kamin bist du? Ja, okay. Dann weiß ich halt, dass du da ne Taube hast. Ne, ich hab keine Taube. Ich kann mir keine Leicht. Ja. Ich weiß, ich verspreche die Wanderung. Ich hab keine Taube. Du hast meinen letzten Credit mit Coke vernichtet. Mit Coke? Ja. Ah, nicht mit Coke, wie Pando meine ich soll. Nice. Jawohl. Alter, dieser Alarm, ne? Ja, der ist richtig nervig, ne? Ah. Oh Gott, das will. Schade. What? Sehr schön. Die Märtyranäte fällt doch immer aus allem raus. Kann ja sein, dass ich mich so schnell bewegt habe, dass sie von mir weggefallen ist. Aber ich fand das so witzig mit Panda. Oh, Panda! Ohne Witz, ne? Gehst du aus dem Raum raus, kriegst du Sperrenarsch geschoben. Ich fand das cool. So schön unter dem Schlitz noch durch. Ding! Was? Oh, Alter, nee, Leute. In dem Zusammenhang Schlitz zu sagen, ist was. Also, die Folge wird heute, glaub ich, ein bisschen sexistisch. Aber sagen wir mal so. Weißt du die Gäste bei Copyright Leak? Wegen deiner schönen Zusammenarbeit, weil du den Speer ja so schön abgefangen hast, hast du den Detektiv gerettet. Das war auch mal was, oder? Ja. Ich hatte eigentlich nur gehofft, dass ich beide... Lass mich doch durch! Nein! Na, dann spring über mich. Mit dem Duck Chump. Duck Chump. Oh, Duck Chump! Wuhu! Hallo, Reaper. Hm? Raus aus meinem Raum. Wollst du, wolltest du schon wieder ein Speer haben? Raus aus meinem Raum! Na! 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 Bitte wahr. Ja, ganz im Wurken! Na, warum hast du ihn denn abgeschossen? Die... Na... Der Geschrei ging mir auf die Nerven. Ach... Ja, das verstehe ich. Na, Na ist verdächtig. Er hat hier grad Reaper abgeschossen. Ja! Gib mir meine Golden Diegel, dann schieße ich auf ihn. Ohne zu zögern. Gib mir... Gib mir eine Golden Diegel und ich schieße auf Navo. Okay. Ja. Okay, der nächste, der hier beim Kamin ankommt, ist der Golden Diegel. Ja, Johnny! Oder wir hauen ihm ins Gesicht, bis er nur noch 20 Wald hat. Warte, warte, ich suche eigentlich den Kamin rauf. Warum gehe ich auf den Rumpen? Wir steinigen ihn. Keine Ahnung, wo der ist. Ja, ich suche den aber... Ja... Irgendwo muss er ja sein. Wenn ich tobe, war es Johnny übrigens. Ja, ganz ruhig. Ich sag ich, ich wollte nur angeben. Ja, ich wollte auch nur das anmerken. Äh, weiss. Wolltest du bitte weitergehen? Nein, ich glaube jetzt. Nein, ich glaube jetzt stehen. Du schlägst mit der Crowbar hinter mir rum. Oh, die Crowbar habe ich gehört. Na, wo kommt doch wieder rein. Na, da habe ich gedacht. Halt, guck. Ähm, wo habe ich gehört. Cyberbot? Wer hat einen Cock? Nein! Cyberbot, hier, nimm die Golden Eagle und schieß auf Nana. Wer schieß gerade auf wen? Los. Was ist da los? Irgendjemand ist, glaube ich, gerade confirmed worden? Ja, Nana ist confirmed. Okay, wow. Ich war es. Okay. Wow. Ich habe mal eine kleine Frage. Das habe ich dann erledigt. Aber ich dachte, die wäre nachgeladen, weil es so aussieht. Nee, nee, das sieht so aus. Alter, ist das hier der Zahnarzt? Flori, hast du dir nicht mehr gemacht? Oder was? Nein, so ein Raum sieht hier aus wie ein Zahnarzt. Oh, no. Das war gerade ziemlich cool. Als ich tot war, habe ich Flori erst mal beim Sneh tanzen beobachtet und wann war beim Slam platzieren. Hör mich irgendein Date wieder belegt hätte. Wir sind direkt zwei Targets schon mal. Schade. Da ist ein Detective. Wuhu. Ey. Na wo? Ducktales. Mein dummer, ein Gedanke. Wuhu. Flori nervös? Hi. Ja, by the way, ich habe Hork weggemacht. Na wo? Traitor. Bitte. Bis. Cyber. Äh, was ist denn mit Coe passiert so schnell? Hat jemand in den Ziel oder so? Hat jemand in den Ziel oder so? Hat jemand in den Ziel oder so? Null. Cyber, her damit. Das war nicht ich. Frag mich warum die These immer so schnell sterben direkt. Auf jeden Fall, ich bin Proven. Ich weiß es. Irgendjemand. Ja. Leute, was ist denn hier manchmal los? Irgendwie liegen hier ein bisschen viele Leichen. Irgendwas ist hier passiert. Äh. 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 Ja. Ah. Rippatrafalger. So nicht. Rippatrafalger. So nicht. Nicht. So. Jetzt fehlen nur noch ein... Wann mal, da ist noch ne... Hallo? Ja? Hallo? Ja? Hallo? Ja. 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 Nein. Nimm doch mal den Fahrstuhl. Welchen denn? Den rechten. Glaubste echt, ich fall darauf rein? Nein. Der wär schön. Warte. Also ist es... Wann war? Ja. Wann war ist es? Okay. LOL. Das kann nicht sein. Wann mal, ich... Panda, du bist noch am Leben? Oh Gott. Nein. Ist er tot? Ah, schade. Nein. Das war ne... relativ geringe Chance. Ah, Gott. Ah ja. Oh! Das hält ja sogar. Oh! Aber das wird es wahrscheinlich dann dementsprechend auch nix bringen. Hallo? Pass auf, wir könnten einen Flopper trinken und runterspringen. Ja, er hat gerade eine Insieg geworfen. Mit der Sniper! Oh! Also wenn du da jetzt nicht genug geschluckt hast... Ohne Witz, ne? Da schaut man einmal weg als Toter und dann passiert irgendwas. Weißt du? Ich finde das ein Witzignaler, ne? Ich werf dir die Diegel hin. Und dann kam es so vor, als wäre er aus der Diegel, die ich weggeworfen hab, der Schuss kommt, der den Headshot gegeben hat. Ja! Das sah das da so geil aus! Hä? Hä? Wie jetzt? Hä? Hä? Wie? Alter, Rapper ohne Witz, ey. Das war so geil, ey. Ich hab kein Problem. Was, Johanny? Hättest mich nur ausreden lassen können, ey. Nein! Warum denn? Du warst da so... Du hast mich so beobachtet. Ja, eben. Achja, wann war? Ja. Ja. Hast die heutige schon geguckt? Nein, 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 noch nicht. Ach nicht? Oh! Ja. Ach, nee, das war grad die geilste Runde, ey. Fassen wir nicht zusammenrunnen? Ich glaube, wir waren gerade längst. Flory, kriegt Golden Tegel von dir? Nein. Golden Tegel. Ach, Mann. Na, warst du schön beim Tanzen, äh, Wannwer? Ich bin doch einmal über das Ding um den Raum gelaufen. Ja, ja, so kann man auch tanzen. Hatt mich mal durch! Oh, nee, da bin ich nicht gut genug für, glaube ich. Hallo! Banda, kriege ich von dir? Ah, ah! Ne. Ach, Mann. Und jetzt drei auf einmal. Banda, du kriegst das... Du kriegst das... Du kriegst das anderes von mir! Oh! Alle grichen sich hier aus den Löchern. Oh! Oh, das hat nicht getroffen. Laser! Äh, ja. Äh, da war ein Raketenwerfer zwischen. Da war ein Raketenwerfer. Nicht von mir. Banda! Was ist denn? Ja, aber es ist Banda. Vorsicht, halt zu explodieren. Warte, 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 warte... Da liegen hübsche Dinge. Ich habe die Melonenbiene mal eingesammelt. Der Raketenwerfer ist wahrscheinlich leer. Eher, der ist leer. Wow! Oh! Was? Hat er gerade geschossen? Hat Johnny gerade geschossen? Hä, was? Ich glaube es auch. Ja, ich meine auch. Hä, was? Mach keinen Fehler! Ah, mach keinen Fehler! Ah, mach keinen Fehler! Ah, mach keinen Fehler! Johnny ist es! Äh, da ist noch jemand gestorben. Da hat es Bum gemacht. Äh, Moment mal. Dete? Warte. Ja, ja, ja. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal her, komm mal her, komm mal her! Komm mal her! Weg, weg, weg! Da liegt man scharf ist! Ja, lauf doch nicht zu, Mann! Ich wollte uns grad safen hier! Danke! Ich leg da was hin, ey, und dann Bäm! Sorry? Nein! What the fuck?! War das deine Wand, die da war? Nein, nein, ja, ich glaube schon, aber ich verstehe nicht, warum der Launcher keinen Scham gemacht hat. Ich hab's ja irgendwie nicht gehört, ich hab kurz in Sicht gewechselt und dann war er weg. What?! Dana macht überall Stuhl! Das hab ich jetzt grad gar nicht verstanden, ne? Es passieren hier merkwürdige Dinge. Ich hab einfach mal alles geslayt und bin dann einfach in den anderen Raum gegangen. Ohne Witz, ey! What?! Was ist denn? Was, 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 was? Nein, jetzt geht doch mal raus, ich will auch was haben. Bist du eigentlich gehãlert? Ja, ohne Witz, ohne Witz jetzt, ne? Da gehste, da gehste in den Raum rein, nimmst den elascher in die Hand, gehst raus aus dem Raum, und kriegst einfach eine cries-haladung in den Bauch geschossen. Wer schießt da hier, Randomoo? Oder ich geh raus, du bist zu viele Leute. Reeper, bleib mal stehen. Panda, warum schießt du auf mich? Nicht mich, oder ja? Raus, raus, raus. Ich teste was aus. Detective, wollen Sie mit hoch? Äh, Detective? Such dir Cyber. Such dir Cyber. Bin ich mit hoch? Ja, ich hab ihn. Äh, Dete? Äh. Oh, Moment, 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 Moment. Die hat was. Weg, weg, weg. Soll sie schnell umgucken, schnell, 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 und steh. Hi, Mann, Mann. Leute. Hahaha. Oh, oh, Nana. Oh, nein. Grüß, Nana. Leben am Limit. Hier, ey, Dete. Oh, nein. Nein, Nana. Äh. Was ist da vorne los? Was zum Te... Warum fliegt ihr euch in die Luft, ey? Oh. Ja, gut. Kann man auch machen. Da drüben ist Tau, sie bildert nicht rüber. Kannst du mal einmal? Ja, vielleicht nicht ne Waffe. Ich hab keine Waffe. Ich hab nur diese lächerliche Piste. Willst du ne Schuhe haben? Willst du ne Schuhe haben? Luri? Ja. Geht ihr da, hier hinter dir. Hinter dir. Genau hinter mir. Ich hab die grad hingelegt. Du weißt jetzt schon, dass jetzt welche durch ein Friendship Beam gestorben sind. Ja, ich hab's mitbekommen. Und ich glaube, Johnny war Traitor. Ja. Johnny war Traitor. Es ist now... Ah! Hi! Verschreckt? Wo ist's? Ach ja, Loll! Hennig ist klar! Voll logisch! Ähm... Wer lebt denn ja noch? Ach na, wo? Wo bist denn du? Ich bin beim Aufzug. NaVoo! 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 Ich stimme aus dem Jenseits. NaVoo darf sprechen. NaVoo, dann darf du was sagen. Komme du zu Aufzug, dann Duelo. Tut mir leid, ich hab auch grad mit dem Schreiben nicht dran gedacht. Ja, ja. Ich dachte mir gerade so irgendwie. Nichts, dass dürfen Reeten die gelegt werden. Nee. Nein, dürfen sie auch nicht. Aber da ihr zwei die letzten seid. Und das mir eigentlich klar ist. Ich werde immer in dem Aufzug. Falls du... Ähm, ja. Komm, ich nehme mich so ganz scheiße nicht raus. Ich hab bisschen Scheiße gebaut. Wie gesagt, ich hab eben... Gestaltest du's fair oder soll ich auch tricksen? Ich hab irgendwie vier Crimes oder so. Du darfst tricksen. Du darfst tricksen. Dann... Gib mir nur einen Moment. Ja, 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 ja. Du sagst, du machst das nicht fair. Warum hat sie's bei mir aufgehängt? Jetzt geht's. Oh, karte. Ich geh in der Tür? Nee. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Nein. Ich hab überhaupt keine Sorgen machen. Überhaupt gar keine Sorgen. Aber ich komme ja nicht raus. Ich bin ein bisschen isoliert hier. Ich hab nur Floris Leiche zum Vergnügen und unter dem Aufzug. Der sagt nicht so viel. Der ist nicht so eine gute Kameradschaft hier drin. Du bist aber nicht beim Aufzug. Ich bin beim Aufzug. Beim Glasaufzug. Bei den Runden. Ach, bei dem Runden? Sagt doch das. Ich bin jetzt bei dem anderen Glasaufzug. Ja, toll! Ich dachte, das fällt jetzt irgendwie besser. Nein, es gibt zwei Aufzüge. Ja, das... Es gibt sogar drei Aufzüge, wenn wir das ehrlich sind. Weil, bei einem sind zwei. Eigentlich sind es ja drei Aufzüge. Eigentlich. Obwohl, eigentlich nehm ich die mit, oder? Sieht so witzig aus, wenn Floris Leiche zum Vergnügen. Witzig. Ich hoffe, du hast noch genug Zeit. Au! Ja! Ja! Willst du reinkommen? Äh, nein! Ey, ich komm aber nicht raus! Bei dir explodieren die doch gar nicht. Ja, ist das... Äh, wenn du sie gelegt hast, dann explodieren sie, glaub ich, nicht bei dir. Also, jetzt sind nicht noch weniger raus, glaub's mir. Wenn du das sagst, will ich noch weniger raus. Kommt da noch mal so, oder machst du nur die Tür auf? Ne, ich mach nur die Tür auf, um zu gucken. Eigentlich hab ich ja nicht die Bringpflicht, ne? Also, wollte ich dir nur mal sagen. Du bist der, der hier... mich töten muss. Hm. Weiß ich, weiß ich, weiß ich. Wollte ich nur gesagt haben. Aber ich komm da irgendwie... So überhaupt nicht rein. Kann man die Dinger zerschießen? Genau, dann wechsle ich natürlich. Die Waffe ist super. Ja. Nicht nett. Ja! Nein! Oh, sehr schön! Boah! Das war die Golden-Dinge? Das war die Golden-Dinge, ja. Das ist anders asozial unfair. Nö! Du hast gesagt, fair oder nicht fair. Ja, aber das war... Ja, aber das war... Aber Johnny! Außerdem war die Golden von dem anderen Dinger. Ich hab sie gefunden! Ich hab sie gefunden! Wer kam denn neu? Echse! Kommt die Aufnahme, Echse! Für eine Minute. Abmoderation. Nicht schlecht. Ach ja, stimmt. Letzte Runde. Johnny? Ja? Du hast mit dem Friendship deinen Traitor-Kollegen gekillt. Oh. Totgemacht, meine T-Noobs! Danke! Bist du reingekommen? Weil das passt nicht rein. War zusammen mal mit mir. War zusammen mal die ganzen Nacht. Schucken wir echt mal. Was liegt denn der Rifle hier rum? Hallo, Navo. Alles klar. Cyber? Alles klar. Ja. Ja. Er kommt zu mir. Alles klar. Alles klar. Wo bist du da aus? Und dann reibt ihr euch. Bitte? Bitte was? Was ist denn hier los? Nana, wo bist du? Nana! Von David. Äh, wo bin ich hier wohl? Wenn ich hier sag, hier ist ein prasselndes Feuer. Töte wechseln! Ach du Bassbeam! Das war Rebub! Das war Rebub! Das war Rebub! Das war Rebub! Oh! Wer war das? D-T lebst du noch? Na, Na? Ja, ja! Ich schiesse überhaupt nicht! Entschuldigung! Da draußen liegen. Alter, was ist denn hier wieder los? Na wo? Na wo? Was zur Hölle? Johnny, was war denn da jetzt genau los? Keine Ahnung. Na wo hat hier irgendwie alle erschossen? Ich hab Na wo erschossen. Ja, nice! Ich hab D-T umgelegt. Ich hab übrigens ne Melonenmine. Äh, Detective willst du die? Äh, hier ist noch der D-T. Ja, willst du ne Mine? Hier, die Melonenmine. Ja, her damit. Da liegt sie. Und da haste ein Fass! Ach, scheiße. Da hat sich jemand drauf. Äh, Prop Disguiser. Johnny? Ja? Bitte. Auf wen? Da war ein Prop Disguiser draußen. Ach, der ist der übrigens. Wtf, wo kommt der denn her? Ja. Was? Wieso bin ich unsichtbar? Oder wie ist meine Waffe unsichtbar? Warte, da war ein Prop Disguiser draußen. Ja, also. Der hätte ja dann noch... Ja. Äh, ja. Da draußen ist irgendwas so. Ja, so ist es, äh, ja. Flory. Sind alle Leute schon tot? Er muss reinkommen. Johnny, ernsthaft. Was? Ernsthaft? Ich hab nichts gemacht. Ich hab nichts gemacht. Das Ringer. Mano! Äh? Das ist so schön gewesen. Also. Das war's für die heutige Folge. Scheint einem bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.